So konnten die Lübecker die Marienkirche bis jetzt noch nie sehen. Denn noch bis vor kurzem versperrte ein Parkhaus im Wedehof den Blick auf die Kirche. Jetzt schaffen Bagger mit schwerem Gerät Platz für ein neues, noch größeres Parkhaus. Noch bis April werden sich die Schaufeln der Bagger durch den Beton fräsen. Und aus Sicht des Baggerfahrers sieht das dann so aus. Wer den freien Blick auf die Marienkirche auch noch einmal genießen möchte, bevor hier wieder ein neues Parkhaus steht, der sollte seinen Blick am besten einmal von der Bäckergrube aus über den Wedehof schweifen lassen. Das war die Marienkirche. Das war die Marienkirche. Das war die Marienkirche. Das war die Marienkirche. Das war die Marienkirche.